dass er wieder eingeschaltet hat mein spiegelbild und ich haben uns gerade bei dem juli im gästelizieber erikadiert ich habe nämlich eine richtig richtig geile idee ich bin gerade so dermaßen guter laune dass ich dachte ich drehe spontan ein video und zwar das video endet wenn julian nicht beleidigt ich habe nämlich bock ist ein richtig langes video zu drehen also freut euch auf locker zwei drei stunden video material lehnt euch zurück backt euch ein popcorn und ich würde sagen dann gucken wir mal was der juli gerade macht wir sind ja ein herz und alle sehen wir verstehen uns richtig gut und ich packen es einfach mal wie seine gemüchslage gerade so ist auch so super vollgetankt mit freude ist es gibt essen leute es wird nicht gefuttert es gibt pilze mag ich überhaupt nicht was wollen wir ja also wollen wir ja ich wollte alles einen Lüffel holen ja okay ich will vergiss dich schönen Dank du Arsch